So, sieht ziemlich nett hier aus in diesem Mobil. Das Wichtigste für einen Chalet-Besitzer und Bootsbesitzer ist natürlich die Rückfahrkamera. So, was macht der Idiot denn da? So, da ist sie, die Easy Lift Heckklappe. Nicht nur gut fürs Tailgaten, sondern sie hält auch 220 Kilo aus. Aber hält sie auch gestörten Defensive Flyman aus. So, lass es knacken. Ahhhhhhh. Ha ha ha. Das war's für heute.